Hallo. Ich will auch so Leuchttüren haben. Oh, hi! In Höhlen! Das Kie changed an der Hue, wenn wir in den Höhlen haben. Was? 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 Da sind wir nicht? Du musst mich allein auf. Und eine Psychose schlachte unsere Bremse? Anfänger Sie denn? Ich frag mich den Schiff, aber als wir in die Höhle von einem Haus war, dieser Mann in rein. In deine Bücher. Was das heißt, in? B你们 in den Sinn? Was? Was? Die Telegrams? Die Lachter? Die Höhlen hat sie den Telegrams. Die Schiff hat die Tür nicht genutzt. Als wir zurück nach Hause... Wait, wait a minute. Who gave you the right to let strangers in, to go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides... Sheriff, my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions! Fuck. What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. This? To learn about famous cryptonizers for around the world, You have to know the basis of code-breaking useless. Can you decode all names we have hidden here? Numbers correspond to individual people. Use Caesar's Disc and get to know the great minds of cryptography that frequently changed the course of history. Will you accept the challenge? No one is not the only one. I would have to hide them properly. I would have to hide them here. I... I, uh... ... 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 Was haben wir denn da? D-K-K-L-A-J muss ich die echt alle kaputt machen, äh, kaputt machen, graus finden? Äh, V-L-U-N gleich R Dann haben wir Tuff A gleich Z Dann haben wir H-G-X-B-O, H-G-X-B-O, V gleich Z W gleich Z Das sind 17 Teile Z, Q, wir haben ja Zeit, ne? Z, Q, D, U, V, M, Z, M, ist gleich K gleich Y, äh, dann haben wir H-G-Q, P, H, A, O, W, ist O gleich S. N, Q, P, D, E, N, Q, P, D, E, L gleich P Das ist Spielstreckung X, X, M, Z, Z Halt die Fresse S gleich X Wo war ich jetzt? Bei 7 Fuff, U Ein Fuff, U F, U, F, 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 U, H I, J gleich T I, J gleich T Z, V, V, A, F, Z, O, L, L, W V, V gleich O Q, V, I, F, Q, V, W, Z, Z C gleich O F, C, J, B, C, L F, C, P, X H gleich O H gleich O X, S, O, B, B, S, H, H, S F gleich O F gleich O F gleich O Dann haben wir Q, B, S, B, C, P, M, J, T Nein, T nicht F T J ist Q gleich P 14 Halt, Bigosch T, L, I, C, M, O, B, A, X, Q, L, O S N gleich Q Drei noch V, J, G, F, K, D, D, W, M I gleich C Z, Q, J, C, A, K, J, I, B U, P, A, N W gleich O Und das längste X, H, Z, L, G, F, L, G, J, S, O, F, R, N, S G gleich B Gut Zurich Haben wir die Scheibe noch? N gleich R N ist R D D K Ok andersrum Ähm Ähm Ja N gleich R So, da haben wir H O O P E Kupen Ok Ok, wir haben Hupen Ok, wir haben Hupen A gleich Z Puff A mal S T E G S M G S L L O H M G Stirling Mhm Wahrscheinlich brauche ich das alles gar nicht mit meinem Glück. B ist gleich Z Komm Komm, dreh dich H, G, X K K K E D A B B O B O O O H H H X B O H G X B O Äh O In real Ok Ok, ähm so hg xpo b edul okay edul k xy zq n e b u v d u v m z m muß ich das echt machen? ich hab jetzt schon keinen Bock mehr okay, äh äh jess oder ist das echt die einzige Spur? vor allem die Frau steht halt einfach nur dämlich da, ne? sitzt dämlich da, tut mal leid das die Scheibe ist echt das einzige, oder? bingo es geht aus ich wieder raus kann äh, ich hab's nur aufgeschrieben, das war richtig ich wo war die Brücke? ich kenn mich doch hier nicht aus, so blöder Sack da ist die Brücke die so mit x okay ich geh da wieder rein ich glaub ich muss da wieder rein alright, ich geh schon wieder rein so ein bisschen nervig ist es schon mach mach die Tür auf ich hab das Spiel kaputt gemacht ich komm nicht mehr rein warum kann ich nicht mehr in den Raum rein? du zu du 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 Sporttulpen? Was? Darf ich da, als wir ihn will raus? Zieh dich anständig an bei. Ah, ich habe mich angeguckt. Ging sie zur Brücke? Ich habe es schon wieder vergessen. Eher nicht. Da hinten dann. Irgendwo da. Da dada.... Da 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 da.... Da 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 b b b b b b b b! to troll abgefordert viel Dankvold. Und expelled die Schlauhe hier in nur den Bolz. Dann lass uns, ichractrisch ab, alle inhal Teile, Jetzt komme ich hier auch durch, also hin. Gute Nacht, Fufu. Danke fürs Vorbeigucken. Schlaf schön.